Klimakaoten festgeklebt, schon wieder. Wieder haben sich Umweltaktivisten auf Straßen festgeklebt. Die 100 Klimakaoten haben das Finanzministerium blockiert. Patricia, die leben in einer kompletten, parallelen Realität. Ein Tod muss man sterben, dieses Zitat habe ich mehrmals bekommen. Es ist ihnen völlig egal. Wie weit wollen die eigentlich noch gehen? Die Klimaaktivisten, das fragen sich viele Deutsche jetzt nach diesen Szenen. Fußball, Bundesliga, Bayern gegen Gladbach. Und nach einer Viertelstunde rennen diese vier Typen auf den Platz, wollen sich an den Pfosten binden. Diese Vollpfosten. Wenn das Klima kippt und wir sind auf dem Weg dahin, das zeigt die Wissenschaft ganz deutlich auf, dann haben wir für die nächsten Tausenden von Jahren lebensfeindliche Bedingungen für die Menschheit. Die machen ihren Job, ich mach meinen Job. Und was machen die? Die stören dabei. Es reicht. Die können zufrieden sein, dass ich gestern schönes Szenen habe, dass ich entspannt bin. Sonst wäre ich schon da vorne.